Willkommen bei GamertonDrag. Freut mich, dass ihr den zweiten Teil und auch damit den letzten Teil anschaut von dem kurzen, aber sehr schönen Spiel Journey, wie auch zu Beginn des letzten Videos, dadurch, dass sich das Spiel dadurch auszeichnet, dass es halt still gespielt wird und man auch von der Welt beeindruckt wird und den wenig Kommunikationsmöglichkeiten bis auf das Interessen der Runen beim Hüpfen. Da lasse ich euch jetzt wieder in die Welt von Journey. Vergesst nicht am Ende des Videos ein Like zu geben, einen Kommentar abzugeben, auf den ich antworten werde. Teilt das Video sehr gerne, teilt mir eure Spielerfahrung mit. Wenn nicht schon getan, hinterlasst ein Abo auf jeden Fall, das freut mich am meisten. Bis dorthin und viel Spaß beim Ende unserer kleinen Reise von Journey. Bis dorthin, Gamer Tim Drake. Leute, goh! Oh, no! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Amen.